Vielleicht ist Kaki wirklich weiß hier nah. Na wenn, dann eher blau. Guck mal, hier vorne wird das schon brau an das Zeug. Ohne Scheiß hier. Die Farbe ist hier ab, Daniel. Wirklich. Das ist ja krass. Das ist ja wirklich hier, Alter. Da sag ich gar nicht. Nee, da muss ich mal schnell machen. Mach mal rüber an den Werkstil, das wird brau an das Finger. Ihr wollt 4 Aufkleber für 3 Euro? Dann gibt es nicht die 20 Aufkleber. E-Bail Link in der Videobeschreibung. Nicht damit wir jetzt Kaki versaut haben. Ey, das ist eh ein Kacklack. Heftig. So, jetzt erstmal herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ihr habt gerade gesehen, wie ich Kaki, äh, den Lack von Kaki versaut habe. Also... Das Zeug von Dennis ist wirklich so geil, dass er sogar Lack löst. Aber okay, ich weiß noch nicht, was der Vorbesitzer hier so viel hauen hat für den Lack. Ja. Auf jeden Fall kein Newton. Papi! 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 Wir müssen jetzt jemandin zensieren hier. Alle, die herumrinnen. Nein, das geht von unten. Natürlich mich! Dass du so schön viel Arbeit hast. Du kannsture dich zünn lassen. Ich kann den Cikreiz. Hahahaha Ja, ja, ja. Das ist ja du, ich denk, du hast auch keinen Spaß. Wieso bin ich so? Ich fahr kacki. Wir haben nur getauscht. Auf die Kameras? Nee, die nicht. Hey, das ist ja jetzt ein kleines Simpsontreffen hier worden, wa? Das ist schon mal, ja? Ja. Ich hab gerade ein beschüssiges Déjà-vu. Was ist das? Ja, ich wollte ihn nicht. Na, das ist ja nie so. Passt. Machin. 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 Warum kommt denn die tieferlegte Schwelmi nicht her? Andi, was machst du? Hallo! 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 Was für geiles Wasser! Das ist ja Pink Panther oder was? Du wolltest vom weißen Heidi Melodie machen, stimmt's? Nein, vom Pink Panther. Ja genau! 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 Alle, was du so kriegst, an Paketen holst du mal raus, ja. Da sind wir im Angels-Treffen 2018, Part 2 ist jetzt vorbei. Wir sind wieder in Osterburg angekommen. Vielen Dank, vielen Damen für die Bratwurst, Dennis. Schön, dass du wieder am Start warst. Ja, genauso wie Tobi und Philipp, mit der war noch die Rubbelfee, Olga. Ja, war immer wieder supi. Es waren mehr Muppets, war schon so ein kleines Simson-Treffen, würde ich mal sagen. Ja, sowas passiert dann halt, wenn man nicht dran denkt. Jo, der Marcel hat gefehlt, der war aber in Urlaub, also entschuldigt, dass du mal Schweine gehabt, Alter. Jo, oh, wie sollen wir das nach Hause kriegen? Zack, ist wie eine Anaconda. Ja, sieht nicht groß aus, aber passt alle drin. Ich habe eine Umfrage gemacht, Morsi. Ob man dich öfters in Videos sehen möchte, als ich dich von der Fahrschule abgeholt habe. Willst du das Ergebnis wissen? Willst du nicht, ne? Doch, wollen sie. Doch, sogar sehr viele Prozente. Oder hast du wieder selbst für dich abgestimmt? Nein. Ne, diesmal, ne. Ja, gut, was ich denn sagen wollte. Danke fürs Zuschauen, ja. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. So, Kaki. So, wirklich gedacht, dass wir ohne Probleme diese Strecke meistern. Ja. Danke. Danke fürs Zuschauen.